Guten Morgen meine lieben Studierenden, wir bewegen uns im Seminar kognitive Grammatik langsam auf den Punkt zu, in dem wir konkreter bestimmte Phänomene in den Blick nehmen möchten. Und da Sie sich interessieren vor allem für die Zusammenhänge zwischen Sprachwerb, Konstruktionsgrammatik und den Spekulationen zum Quantum Brain, würde ich ganz gerne heute die Gelegenheit nutzen und Ihnen zwei Basiskonzepte vorstellen, und zwar in einem kurzen Input. Wir werden wahrscheinlich die 20 Minuten nicht reißen, das bedeutet aber, dass wir mehr Zeit haben, um über die gemeinsame Arbeit, das kollaborative Arbeiten nachzudenken, thematisch langsam in die eine oder andere Richtung im Hinblick auf die Gruppenzusammensetzung zu schauen und vor allen Dingen uns gemeinsam der Seminar Bibliografie bei Sotero zuzuwenden. Und deswegen ist der thematische Input heute ein wenig knapper. Ja, was ich mit Ihnen anschauen möchte, sind zwei basale Konzepte, Raum und Zeit, die die kognitive Grammatik von Anfang an ganz wesentlich prägen, und zwar vor dem Hintergrund, dass wir zeitliche Dimensionen, wenn wir sie versprachlichen, vor allen Dingen als räumliche Dimensionen konzeptualisieren und diese als Metaphern für den Ausdruck von zeitlichen Relationen, zumindest hier in der westlichen Hemisphäre oder in germanischen Sprachen, nutzen. Und ich würde mich diesem Phänomen heute Ihnen annähern, denn das steht ganz zentral im Mittelpunkt, wenn wir uns mit Deictica auseinandersetzen, das heißt Zeigerelation und damit wiederum zum Sprachwerb und damit wiederum zur Konstruktionsgrammatik. Also wenn Sie sich mit Demonstrativpronominal beschäftigen wollen, dann haben Sie deictische Aspekte, die versprachlicht werden und dort unterschiedliche grammatische Funktionen übernehmen. Kommen wir zunächst erstmal zum Thema Raum. Raum ist etwas, das Sie körperlich erfahren können. Sie können vertikale und horizontale Dimensionen, Sie können weite, enge erfahren und vor allen Dingen mit enge zum Beispiel Geborgenheit assoziieren. Dazu sage ich zum Thema Spracherwerb, aber noch etwas mehr, das möchte ich heute eigentlich gar nicht so beleuchten, denn für mich sind vor allen Dingen die Relationen, die räumlichen Relationen relevant, die ich mit Ihnen heute anschaue. Zum Beispiel Lenker, Lakoff, Talmy, Johnson, alle referieren auf spatiale Relationen, das heißt, die sich irgendwie auf räumliche Verhältnisse beziehen und die dann häufig wiederum in einer sprachlichen Metapher zum Ausdruck kommen. Typische spatiale Relationen sind das Containment, also das heißt, die Einhegung, das Beinhalten von etwas, der Support, also dass jemand etwas trägt und unterstützt, der Vertikalität und der Kontiguität, die sich in der körperlichen Erfahrung und damit auch in der sprachlichen Artikulation ausdrücken. Vielleicht hier einige Beispiele für relationale Präpositionen und phrasale Ausdrücke, die auf topologische Verhältnisse hinweisen können, aber auch Richtungsrelationen, also sogenannte Direktionale sind. Wir haben demonstrativpronomen, hier der direkte Anschluss an die Konstruktionsgrammatik, besonders im Kontext von Spracherwerbskontexten sind hier die Arbeiten von Holger Diesel zu berücksichtigen. Aber es betrifft natürlich auch auf den ersten Blick sofort Adverbien, die entweder topologisch oder richtungsanzeigend oder bewegungsanzeigend sein können und damit einen Großteil unserer sprachlichen Äußerungen strukturieren. Möglicherweise ist es sogar so, dass wir vom Verb als Zentrum des Satzes, wenn wir konstruktionsgrammatisch denken, ein wenig abrücken müssen und der spatialen Relationierung, zum Beispiel durch Adverbien oder durch Präpositionalphrasen, die Adverbjahre gebraucht werden, breiteren Raum einrichten müssen, denn diesende ist, die wir zum Beispiel ins Vorfeld oder ins Vorfeld der Satzklammer rücken können. Morgen komme ich zu dir, wäre so ein Beispiel, mit dem Sie eine zeitliche Relation in das Vorfeld rücken. Dort steht ein Mann. Damit hätten Sie eine spatiale Relation, die sofort zum Ausdruck kommt, indem Sie mit einem Adverb auf einen bestimmten Ort zeigen und zwar immer von Ihrem Sprechpunkt aus. Typische Beispiele für die Wahrnehmung von Vertikalität zum Beispiel und Orientierung im Raum sind die Fragen, wie Sie selbst aus Ihrer Sprecherperspektive heraus von Ihrem Blickpunkt aus bestimmte Verhältnisse beschreiben und im Raum einordnen. Und dies kann man mit sehr einfachen Beispielen und Experimenten zeigen, nämlich, wenn man sich die Frage stellt auf diesem Bild, ob der Kopf oben oder unten ist. Ungefähr, also wenn ich das in Lehrveranstaltungen machte, ungefähr die Hälfte der Studierenden sagte, der Kopf ist unten und damit orientieren Sie sich an der vertikalen Körperachse und die andere Hälfte sagte, der Kopf ist oben, also im Sinne von, er ist über dem Boden. Genauso kann man fragen, wo ist der Horizont des Meeres und so weiter und so fort. Das wäre dann eine Orientierung an der Körperachse, die nicht gedreht ist. Genauso, wenn man zum Beispiel sagt, der Kopf ist immer oben. Es ist vollkommen egal, in welcher Form der Körper dargestellt ist. Sie sehen aber, dass wir, wenn wir so eine Perspektive einnehmen, etwas in der Art versprachlichen, also der Kopf ist unten, dass wir dann, erinnern Sie sich an das Konzept von Shared Attention, also das heißt, dass wir dann natürlich eine bestimmte Intentionalität unterstellen, und zwar demjenigen, der so einen Satz sagt, und wir dann empathisch genug sind, uns in seine Perspektive zu versetzen, um nachzuvollziehen, was er genau damit meint. Wir würden nicht einhergehen und sagen, das war jetzt aber falsch, üblicherweise ist der Kopf in der Körperachse oben, sondern wir versuchen, seine Perspektive nachzuvollziehen, und genau das macht uns zu menschlichen Kommunikationspartnern diese Emphase und dieses wechselseitige Einstimmen auf die jeweils andere Perspektive und den anderen Blickpunkt. Demonstrativa sind sehr interessant im Hinblick auf die, das ist ein weiteres Beispiel, im Hinblick auf das Zeigfeld. Wenn wir das Experiment, können Sie ganz einfach an sich selbst ausprobieren. Versuchen Sie mal, auf einen Gegenstand zu zeigen, der direkt vor Ihnen liegt, und auf einen Gegenstand, der etwas weiter weg ist, und entscheiden Sie sich mal in der einen oder anderen Situation, ob Sie eher dies oder das sagen. Nur ein Hinweis, das unterscheidet sich zum Englischen. Also das heißt, es gibt auch typologische Phänomene, die wir miteinander vergleichen können, und diese Differenzierungen zum Beispiel in den Demonstrativa sind nicht sprachübergreifend identisch, sondern hier haben wir sprachkulturelle, also Artefaktentwicklungen, die zu jeweils unterschiedlichen sprachlichen Strukturen führen, und jeweils, und hier wird es sehr konkret, über Embodied Syntax, um das Thema nochmal aufzugreifen, in Abhängigkeit vom Zeigefeld realisiert werden, also wie nah oder wie weit etwas von Ihnen entfernt ist. Auch dadurch, man mag es kaum glauben, zeigen Sie aber Ihre Position als SprecherInnen im Raum an und verweisen immer auf Ihre eigene Position, auch wenn Sie eigentlich auf etwas zeigen, das entfernt von Ihnen ist. Zu dem Thema Zeit, das Ganze wird ein wenig komplexer. Also es waren zwei Beispiele für Raum und für spaziale Relationen. Da gibt es noch unendlich viel mehr, vor allen Dingen im Bereich der Konstruktionsgrammatik, aber kommen wir jetzt mal zum Thema Zeit. Das Verhältnis zwischen Raum und Zeit wird nicht immer und in jedem Ansatz überdeutlich auf eine Metaphorisierung räumlicher Bezüge zurückgeführt, aber in allem sind sich die Forschungen einig, dass die Sprachwissensrepräsentation in irgendeiner Art und Weise auf dem Konzept Raum aufruht. Ob und wie sich dieses metaphorische Verhältnis jetzt im Verlauf der Sprachgeschichte und in Sprachwandelprozessen und in Sprachwandel als Konstruktionswandelprozessen etabliert hat, man ist bis heute noch nicht vor allen Dingen im Kulturvergleichen und nicht hinreichend erarbeitet. Das heißt, man weiß, dass es Bezüge gibt und die stellen sich auch sehr deutlich und sprachlich dar. Aber wie das eine das andere beeinflusst, ist im Detail noch zu klären. Wichtig ist aber der Hinweis von Lake of Johnson, dass nur sehr, sehr wenig von unserem Verständnis von zeitlichen Verläufen tatsächlich temporal ist. Und der größte Anteil unseres Verständnisses von zeitlichen Prozeduren ist metaphorisch an ein Verständnis von Bewegung im Raum orientiert, wie Sie es hier formulieren. Und das zeige ich Ihnen jetzt an einzelnen Beispielen. Also Sie können zum Beispiel sagen, X ist eine Reise, also mein Lebensweg ist eine Reise. Oder Sie können sagen, die Partnerschaften, also man kann gemeinsam sich auf die Reise begeben. Zum Beispiel, das ist eine sehr beliebte Metapher und ausgetretene Metapher bei Hochzeiten. Also das heißt, Sie gehen jetzt gemeinsam auf die Reise oder es ist die letzte Reise, wenn jemand zum Beispiel verstirbt. Also das heißt, hier haben wir so etwas wie eine Wegmetapher. Also das heißt, eine Entität bewegt sich auf einem Weg entlang und das Ganze wird temporal kodiert. Das funktioniert im Wesentlichen über Metaphorisierungsprozesse. Das hatte ich beim letzten Mal schon ganz kurz angedeutet, nämlich dass wir aus einer Quelldomäne bestimmte Eigenschaften übertragen auf eine Zieldomäne und damit bestimmte Effekte. Also es gibt so ein Conceptual Mapping. Das heißt, das eine wird auf das andere übertragen. Und dann können wir spezifische Eigenschaftsdimensionen aus der Quelldomäne, die wir in eine Target-Domäne, also eine Zieldomäne übertragen, können wir bestimmte Eigenschaftsbereiche highlighten, also hervorheben oder verbergen. Und die Art und Weise des Metapherengebrauers bestimmt immer die Wahrnehmung unseres Gegenübers, der ja davon ausgeht, dass wir intentional bestimmte Äußerungen tätigen. Und dadurch können sich spezifische Denkgewohnheiten und auch Sprachgewohnheiten verfestigen, stabilisieren, sodass sie nicht mehr hinterfragt werden und dann in Entrenchment-Prozessen weiter verstärkt werden, sodass diese Metaphern zu so etwas werden wie einem Common Sense, zu einem allgemeinen Verständnis darüber, in welchen Kontexten welche sprachlichen Strukturen Verwendung finden oder nicht. Allerdings geht die kognitive Linguistik auch davon aus, dass ihnen ein Großteil dieser Prozesse überhaupt nicht bewusst ist als SprachbenutzerInnen und dass sie ebenfalls in spezifischen Kontexten zwar sich bewusst und reflektiert bestimmte Sprachgebräuche zulegen können, wie kontextuell gebunden, und sich dann auch bewusst dafür entscheiden, der Großteil ihres Sprachgebrauchs und das, was sie tagtäglich an Bedeutungen und Ausdrücken realisieren, wird aber unbewusst an ihnen vorbeigehen. Auch die Entscheidungsprozesse, die dazu führen, warum sie bestimmte sprachlichen Strukturen verwenden und andere nicht. Kommen wir nochmal auf diese typischen Metaphern zurück, die hier eine Rolle spielen. Also wir haben sogenannte primäre Metaphern, die auf körperlichen Erfahrungen beruhen. Auf die werden wir vor allen Dingen im Sprachverb nächste Woche noch einmal zu sprechen kommen. Deswegen würde ich jetzt hier sie zumindest nur erst einmal nennen. Und dann haben wir Komplexmetaphern, die die Basismetaphern ausbauen und um weitere Bedeutungsdimensionen anreichen. Also die auf diesen Basismetaphern aufbauen. Und um es jetzt schon mal vorwegzunehmen, primäre Metaphern sind zum Beispiel räumliche Bezüge. Und dann gibt es komplexe Metaphern und dazu können schon zeitliche Bezüge gerechnet werden. Beispiele. An den Scheidewegen des Lebens stehen keine Wegweiser. Ja, also das heißt, es ist ein sprachliches Beispiel dafür, dass wir zeitliche Strukturen auf räumliche Ausdrücke zurückbeziehen. Hinweise dafür sind hier die Scheidewege, ja, also das heißt, an denen man sich entscheiden muss. Und auch die Wegweiser sind ein deutlicher Hinweis darauf, welches Bild hier, also welche Metapher hier aufgerufen wird, um bestimmte Lebensprozesse, also das heißt, den Gang durch das Leben, auch das wiederum eine räumliche Metapher mit dem Direktional, zum Ausdruck zu bringen. Und auch hier sehen Sie wiederum, dass der spatiale Bezug, also in einer Präpositionalphrase, direkt im Vorfeld steht. Das heißt, fokussiert wird und besonders herausgehoben ist. Es gibt insgesamt zwei Arten, wie Sie die Zeit konzeptualisieren können. Die erste würde ich Ihnen gerne vorstellen. Das eine ist die sogenannte Moving-Time-Metapher. Sie als Entität von Ihrem Blickpunkt aus perspektivieren dann in der Art und Weise, dass die Zeit an Ihnen, Achtung, vorüberzieht. Das ist schon sprachlich eine genauso eine räumliche, auf einer räumlichen Erfahrung basierende Metapher, also dieses Vorüberziehen mit einem Direktional. Und die Ereignisse kommen auf Sie zu. Die Prüfungen, die Weihnachten, das Weihnachtsfest, Ostern und so weiter, ein Besuch und so weiter. Das kommt auf Sie zu als Ereignis und zieht an Ihnen vorüber und liegt dann irgendwann hinter Ihnen und geht dabei weiter. Das wäre die eine Möglichkeit, zeitliche Prozesse zu verstehen. Und das Ganze funktioniert natürlich über diese Ereignisse. Das heißt, Sie beobachten eine Bewegung im Raum. Also das Objekt A ist nicht mehr am Punkt B, sondern verändert seine Position und liegt jetzt am Punkt C. Und diese, also bis auf Star Trek, in der das Beamen möglich ist, also die Idee dahinter ist, dass Sie konzeptuell wissen, es muss zwischen diesen zwei Situationen eine Bewegung stattgefunden haben. Also A bewegt sich von Punkt B nach C. Und genau diese Idee von Bewegungen liegen allen metaphorischen Gebräuchen oder den meisten metaphorischen Gebräuchen von zeitlichen Relationen, temporalen Relationen zugrunde. Hier in der Moving Time Metapher eben, dass das Ereignis auf Sie zuläuft und dann hinter Ihnen liegt. Eine andere Möglichkeit, zeitliche Verläufe zu realisieren, ist, dass Sie sich als Entität durch die Zeit bewegen, also indem Sie sich durch den Raum bewegen. Das Beispiel von mit den Lebenswegen ist nämlich genau ein solches. Das heißt, Sie laufen einen Weg entlang und lassen bestimmte Ereignisse hinter sich, an denen Sie vorüber gehen. Und alle Metaphern, die mit Reisen, Lebenswegen und so weiter verbunden sind, setzen eben auf diese Moving Observer Metapher. Also das heißt, dass Sie sich als Beobachter durch die Zeit, also indem Sie sich durch den Raum bewegen, auch durch die Zeit bewegen. Ein weiteres Phänomen und darauf möchte ich Sie nur ganz kurz hinweisen, weil wir darauf noch im Kontext von konstruktionsgrammatischen Reflexionen zu sprechen kommen werden, sind die sogenannten Deep Cases und Deep Case Rules, die auf Fillmore zurückgehen, der mit einem relativ überschaubaren Set von sechs Deep Cases begann und dann nach und nach dieses Rollenset erweiterte. Wozu brauchen wir das? Weil wir dann besser verstehen können, warum sich im Spracherwerb, zum Beispiel, wir haben Inselkonstruktionen ausbilden, also damit weisen wir direkt auf Tomasello und wie wir eine semantische Annotation von grammatischen Strukturen realisieren können. Also es geht ja nicht um die Frage, es geht ja nicht um funktionale Relationen, die irgendwie immer ans Verb gebunden sind, also sowas wie Subjekt oder Objekt und Präpositionalphrase oder Präpositionalobjekt, also Präpositionalphrase wäre eher formal, aber es geht hier vor allen Dingen um eine semantische Annotation bestimmter Aufgaben und Strukturen, die sich abstrahieren lassen aus spezifischen Sprachgebräuchen, nämlich, dass wir so etwas wie Agents haben oder Experiencer, die etwas erfahren, dass wir Instrumente, Objekte, Quellen, Ziele und Orte unterscheiden können. Also das haben Sie gerade bei diesen spazialen Relationen sehr, sehr gut gesehen oder auch der Lebensweg wäre zum Beispiel genau so eine Frage, wie lässt sich das hier einordnen? Time für Zeit und Path, also man geht einen Weg entlang und so weiter und so fort, das sind alles Deep Cases oder Case Rules, die wir für die semantische Beschreibung von sprachlichen Strukturen brauchen und die haben in der kognitiven Linguistik einen festen Kern. Mit anderen Worten, mit einem Blick auf die Uhr, damit noch viel bleibt für unsere gemeinsame Diskussion, die meisten temporalen Erfahrungen oder die meisten temporalen Bezüge, die wir herstellen, lassen sich kognitionslinguistisch als auf räumlichen Relationen basierend beschreiben, die von ihrem eigenen Blickpunkt als Sprecherin aus gedacht sind und ihr Gegenüber dazu einladen, dieselbe Perspektivierung einzunehmen, dieselbe Perspektive einzunehmen und darüber ein grundlegendes Verständnis über räumliche und zeitliche Bezüge herzustellen. Das Ganze funktioniert über ein sogenanntes Konzeptual Mapping, das heißt, dass sie zeitliche Bezüge als Metaphern räumlicher Bezüge artikulieren, ausdrücken und sich vorstellen und damit bestimmte Aspekte hervorheben und andere Aspekte verbergen. Die zeitlichen Bezüge als räumliche Metaphern sind dabei schon so konventionalisiert, dass ihnen diese Sprechen im Alltag gar nicht mehr präsent sind. Achten Sie aber zum Beispiel mal darauf, wann Sie Partikelverben mit lokalen Bezügen realisieren und darüber werden wir jetzt auch in der Seminar-Diskussion einsteigen. Das soll es für heute gewesen sein, zumindest als Input, erster Input in die zeitlichen und räumlichen Bezüge im Seminar Kognitive Grammatik. In der nächsten Woche werden wir uns dann beschäftigen mit dem Sprachverb und Embodied Syntax und jetzt in der Diskussion werden wir versuchen, diese Themen, also zeitlich-räumliche Bezüge, zu denken mit den von Ihnen favorisierten Gegenständen Sprachverb, Konstruktionsgrammatik und Quantum Brain. In diesem Sinne bin ich ganz herzlich, Ihr Alexander Lasch und für die meisten bis gleich, für alle anderen bis zur nächsten Woche. Und um Open Educational Resources ein wenig nach vorn zu bringen, zunächst der Hinweis auf die Playlist zu diesem Seminar, dann ein Video, das hier aus dem Portfolio eingespeist wird. Wenn Sie mögen, abonnieren Sie den Kanal, lassen Sie ein Like da, kommentieren Sie und damit bin ich raus. Ciao.